Hey Leute, wir sind heute in Solms in Hessen und ich habe jemanden angeheuert. Angeheuert, genau. Habe ich lange vorbereitet, diesen Witz. Der Sascha ist bei mir heute und wir machen heute ein bisschen Aquaristik zusammen. Genau. Ganz kurz direkt mal zur Info, gleichzeitig zu diesem Video gibt es beim Sascha auch ein neues Video und zwar so ein Behind-the-Scenes-Ding von diesem Dreh hier, beziehungsweise von dem Auftrag hier heute. Vielleicht für die Leute, die eventuell den Sascha nicht kennen, ich kann es mir kaum vorstellen, aber ich denke vielleicht dann doch ein oder zwei. Du machst Aquascaping eigentlich, ne? Ja, Aquascaping, also in letzter Zeit eher so ein bisschen durch die Welt reisen und so ein bisschen was filmen, ja. Ja, habe ich gesehen. Taiwan warst du jetzt, ne? Ja, hast du auch ein T-Shirt an. Sehr, sehr coole Reihe, auch mal reinziehen, lohnt sich auf jeden Fall. Heute geht es halt um dieses Becken hier. Das Becken hat die Maße 1,95, 60 tief und im Moment 65 hoch. Ich habe gerade ganz kurz einen Herzinfarkt gekriegt, weil der Christian, dem das Becken gehört, der sagte gerade irgendwie 65 tief oder ich habe es so verstanden oder wie auch immer, ist ja auch egal. Es ist 60 tief und 65 hoch und das neue Becken, was hier hinkommt, wird 70 hoch sein. Wir haben das Ganze mal ein bisschen angehoben, ein wenig vergrößert. Aber kommen wir erstmal darum, warum ein vier Jahre altes Aquarium jetzt quasi abgebaut wird. Das Becken war für Discos konzipiert, war einfach ganz klar, Christian wollte Discos haben. Das ist so ein bisschen, ja, es ist in eine Unzufriedenheit geendet, aus vielerlei Gründen. Was hältst du so von Rückwenden, Sascha? Ganz ehrlich, wir können hier sagen, was wir wollen, kann uns ja keiner was. Kann man machen, muss man aber nicht. Also in meinem Fall ist es auch nicht. Ich habe eher lieber eine freie Rückwand, wo man ein bisschen mit Tiefmückung arbeiten kann, weil da ist man halt ziemlich eingeschränkt, was Tiefmückung eingeht. Ja, also es fehlt ja eigentlich fast ein Drittel vom Becken an den meisten Stellen. Das auch, ja. Ja, nimmt sehr viel Platz weg. Zusätzlich haben wir hier von mir einen geliebten, ja, eingeklebten Innenfilter, den wir gleich mal auf den Grund gehen werden. Gestaltet sich wirklich in der Praxis sehr, sehr schwierig, so ein Ding sauber zu machen und auch zu warten, wenn man mal ran muss. Aber klar, wenn man so ein Becken hat mit Discos, dann muss man an den Filter mal ran, weil die machen ja ganz ordentlich Dreck, verschwenden viel Futter. Zusätzlich haben wir hier so konstruktiv bedingt lustige Taschentücher auf den Ecken kleben, weil immer wieder Wasser austritt. Dazu werden wir uns gleich auch irgendwas überlegen müssen, dass halt die Abdeckung ein bisschen abgedichtet ist. Der Hersteller sagte, man soll die Konstruktion hier mit Silikon auf das Becken draufkleben, aber das ist nicht wirklich eine Option eigentlich, wenn man vernünftig dran arbeiten möchte. Irgendwann wird das Becken immer höher und höher und das schränkt ja doch auch die Arbeit ein bisschen ein. Ich wundere jetzt nur, dass das noch nicht aufgequollen ist, oder ist das schon? Ja, innen drin ist halt Kunststoff. Wir können das ja auch mal aufmachen, dann gucken wir einfach mal von oben rein. Fangen wir damit einfach mal an. Oh, schon kaputt. War das schon so, oder habe ich das gerade gemacht? Nee, einfach wieder zusammen drücken. Okay. Das da, das hast du ausgetauscht, ja. Ja, tatsächlich ist schon eins aufgefallen hier. Okay. Das da. Genau, das ist dann ausgetauscht worden. Ich hatte nämlich damals mal ein Giesemannbecken, das hat auch so eine Abdeckung gehabt. Ja. Und da hat sich auch immer die, ja, die Feuchtigkeit drunter gesammelt und das ist mir schön weggegammelt. Und was hast du dann gemacht? Weggeschmissen. Weggeschmissen. Gut. So viel dazu. Dann schauen wir uns das mal an hier. Kennst du diese Art von Filter? Hier, so hinten. Komm mal ruhig hier rüber. Und was denn? Nee. Nee. Okay. Ich habe es mir gerade mal erklären lassen. Also hier sitzt eine Pumpe drin, die saugt da durch diese Gitterchen an. Und da ist eine Vorfilterpatrone drauf, die man dann eigentlich reinigen soll regelmäßig. Genau. Da ist eine Vorfilterpatrone drauf, die man regelmäßig reinigen soll. Und dann wird es durch diese Rohre hier durchgedrückt und verteilt sich durch diese T-Stücke hinten in einem Filter, wo kleingeschnittene Filtermatten drin sind, als Filtermaterial. Okay, dann wird es da wieder rausgesaugt und reingepumpt, ne? Genau. Hier sind dann Löcher hinten drin und da geht es dann irgendwie durch und ein Teil vom Wasser kommt direkt wieder hier ins Becken rein. Okay. Ist ja erstmal relativ schwierig zu kontrollieren, wann ist so ein Filter dicht, wenn man gar nicht sieht, wie viel rauskommt, ne? Ja. Ist ein bisschen ungünstig vielleicht. Und das hier, das sagt eigentlich gar nichts aus, weil das einfach nur eine Leitung ist, die dann wieder darüber geht. Also es ist ein bisschen wild und sehr kompliziert, aber tatsächlich für den Alltag in Erwartung eigentlich gar nicht zu kontrollieren, was passiert in meinem Filter, ne? Ja, das stimmt. Das werden wir gleich mal leerräumen und einfach mal gucken, was da so drin los ist in dem Filter. Ich habe nur gerade mal gefühlt, hier kommt eigentlich kaum Wasser raus, also kaum bis fast gar nicht. Also wir können tatsächlich nicht sehen, wie viel Wasser durch den Filter durchläuft und das finde ich schon sehr unangenehm eigentlich, weil man muss schon irgendwie einstellen können, wie viel Wasser man dann durchschiebt. Sollte man machen, ja. Bei dem neuen Becken kommt da auch wieder so ein Filter dran, ne, oder? Nein! Gut, ich wollte gerade... Nein, wir werden mit dem Außenfilter arbeiten, 1200 XLT, den werden wir anschließen und den kann man ja wirklich dann einfach rausnehmen und reinnehmen. Kennst du ja das Ding, ne? Das kenne ich ja auch. Sollen wir einfach mal anfangen, das Ganze auseinanderzunehmen hier? Ja, würde ich sagen. Beziehungsweise als allererstes müssen wir Wasser machen in Tonnen, weil wir haben hier eine K von ca. 16 und damit kriegen wir kein vernünftiges Becken. Hast du einen Helm dabei? Wegen der aus der Erde? Flüssigbeton, genau. Okay, komm, fangen wir einfach mal an. Dustin, machst das Ding, du bist ja auch da übrigens, ne? Hallo Dustin. Machst du das Ding auf ein Stativ und dann schließt du die Tonnen an vor deinem Salzer und dann gehen wir vor Gas. Sascha und ich entleeren das Teil. Das heißt, wir füllen jetzt erstmal eine Tonne für die Fische. Ist immer ganz wichtig, dass man frisches Wasser für die Fische hat. Da müssen wir gleich mal gucken, was tatsächlich alles drin ist, damit wir keinen vergessen. Weil ich habe das schon mal gemerkt, wenn du Wälder hast und sowas in diesen Rückwänden, die quetschen sich irgendwo in irgendwelche Lücken rein. Hinterher stehen sie dann in der Garage, bis jemand dieses Becken abholt. Pflanzentechnisch werden wir hier jetzt erstmal nichts übernehmen. Wir haben, ja... Vielleicht die Lotus-Wänden, oder? Ist da ein Lotus drin? Ja. Ich habe auch noch einen Lotus dabei, aber den können wir auch übernehmen, das stimmt. Ja, können wir machen. Ansonsten hier so Echinodoros ist ziemlich von Algen befallen. Ist jetzt eh nicht so meine Traumpflanze. Die werden wir am besten einfach rausschmeißen und dann machen wir einmal neu und frisch. Ganz kurz zur Info. Hier ist die Rückwand eingeklebt. Und dieser ganze Bereich hier ist mit Silikon abgespachtelt. Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich gesagt habe, wir können hier das Becken so nicht übernehmen. Klar, so eine Rückwand rauszuschneiden ist unheimlich aufwendig. Und am Ende hat man die Reste vom Silikon drin. Macht keinen Spaß. Ja, ansonsten ist das Becken eigentlich so völlig in Ordnung, technisch gesehen. Die Silikonnähte sehen noch sehr gut aus. Aber wir werden es halt so mit dieser Rückwand nicht gerettet kriegen. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, dass jemand wirklich vollflächig das abspachtelt. Ist ja auch eine Riesensauerei eigentlich. Ich habe gerade gesehen, da ist auch eine Dosieranlage dran. Eine Dosieranlage ist dran. Dann hier die UV-Anlage. Soll ich den mal rausstellen, den Filter? Oder rüberstellen? Dann müssen wir aber wahrscheinlich das Filtermaterial noch setzen. Genau, ich denke wahrscheinlich einfach mal raus. Und dann nehmen wir hier hinten ein bisschen. Du hast gesagt, du hättest hier hinten irgendwas versenkt? Ja, guck mal da oben rechts. Die blauen Macken. Wie lange sind die drin jetzt? Ah ja, gut. So, und das bringen wir auch am besten dann direkt in die Garage alles, ne? Mhm, okay. Willst du das machen, oder? Der hat oben das Filtermaterial drin von dem Crystal Profi. Nehmen wir hier einen Filter. Den Schlauch und das alles machen wir später, würde ich sagen, wenn das Wasser draus ist. Ja. Jetzt haben wir hier Sauerei. Mal daran denken, dass hinten eine Tonne voll läuft, ne? Ja. Vergisst man schon mal ganz gerne. Timer stellen. Ich bin zu klein, ich komme noch nicht dran. Ja, und glaube ich eine Leitermarathon. Das wirst du wahrscheinlich tatsächlich brauchen gleich, ne? Ich auch. Ja. Das kommen wir da nicht dran. Boah, ist da ein Siff drin. Hier, guck mal her. Wir sind jetzt gerade hier hinten an dem Rückwandfilter. An dem Sifffilter, meinst du? An dem Sifffilter, ja. Ja, und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, wie kriegt man bis unten hin, ohne komplett sich einzusauen oder halb im Aquarium zu hängen, so einen Filter leer, ne? Die kriegst du ja gar nicht sauber gemacht. Nee. Geht gar nicht. Ja, und das ist auch wirklich der Grund, warum ich das wirklich hasse, dass es solche Filter gibt, weil die sind einfach für die Pflege und für die Wartung total unpraktisch. Die haben mit Sicherheit eine hohe Standzeit, bis die mal richtig siffig sind, aber... Ist ja genug Volumen, ne? Ja, wenn musst du eigentlich das halbe Aquarium fast ausleeren, ne? Weil ich glaube, auch wenn du die jetzt rausziehst, dann kommt es wahrscheinlich da hinten irgendwo aus den ganzen Löchern raus. Ja, hier unten bestimmt. Ja, und ja, das kann es nicht sein eigentlich, ne? So, jetzt haben wir hier nebenan eine Tonne stehen, da müssen wir mal eben drauf kommen, weil wir pumpen gerade Wasser hier rüber. Das wird die Fischtonne sein. Ein bisschen was werden wir noch brauchen, damit wir den Crystal Profi hier anschließen können und die Fische schön eine ordentliche Biologie haben. Der Sascha hat den Crystal Profi abgemacht hier und bereitet ihn gerade für die Tonne vor, dass der schön das Wasser für die Fischchen filtert. Ich pumpe jetzt mal eben hier den Rest Wasser raus, damit wir gleich die Fische schon fangen können, weil es kommt gleich eine Tragehilfe. Ich bin nämlich invalide, ich kann echt gar nichts anpacken. Es fällt mir immer schwer, mich da rauszunehmen. Ich bin auch echt zu blöd dafür, um einfach mal das sein zu lassen. Das funktioniert in meinem Hirn irgendwie nicht. Ich probiere es dann doch immer wieder und irgendwie klappt es auch nicht so richtig. Pumpen wir mal eben das Wasser raus draußen in einen Abfluss und dann können wir eigentlich auch schon anfangen Fischchen abzusammeln und Zeug rauszunehmen. Wir haben gerade hier hinten mal ein bisschen Material rausgeholt, Filtermaterial einfach mal geguckt und der Filter hier wurde verkauft als Filter, den man nicht reinigen muss. Also mit einer ewigen Standzeit quasi. Ist natürlich beim Diskusbecken totaler Quatsch, weil der Diskus verschwendet so viel Futter und macht so viel Dreck, das geht nicht. Das muss sauber gemacht werden. Das ist eigentlich nur eine Sauerei, das alles im Becken quasi zu lassen. Wir sehen, dass hier wirklich was an Dreck in dem Filtermaterial drin ist. Das muss man natürlich ab und zu mal sauber machen. Kann man ja gar nicht lassen. Genau. Und wir lassen das jetzt aber erstmal da drin, weil das macht jetzt nicht so viel Gewicht aus. Und dann können wir das vielleicht besser rausholen, wenn das Becken irgendwie unten steht, weil du kommst hier hinten nicht dran. Ich habe es gerade probiert mit der Leiter, dann hängst du so da drüber und ja, ist einfach unangenehm. Gerade auch, wenn man Rücken hat. Ganz auffällig ist auch, dass hinten eine dicke Scheibe eingebaut ist. Die Rückscheibe ist dicker, weil die keine Streber hat. Also es ist im Prinzip so ein halbes Poolbecken, kann man sagen. Das macht so ein Becken dann natürlich auch teurer, weil so eine Scheibe kostet natürlich mehr. Ich denke, das ist eine 15er und der Rest ist dann wie 12. So sieht es zumindest aus. Und ja, das ist natürlich dann auch ein Kostenaufwand. Und so eine Rückwand kostet natürlich auch richtig Geld. Das kann man natürlich auch in ein echtes Hardscape, also in echte Deko-Materialien investieren und damit ein bisschen Kreativleistung verbringen. Die wird einem natürlich durch so eine Rückwand auf jeden Fall genommen. Und runter, 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 runter. Warte, 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 warte. Hängt es in der Hose oder was? Ja. Okay, alles klar. Ja, perfekt. So, dann wird es gut gemacht. Ja, wohin? So, neue Becken ist foliert und wird gerade reingefahren. Das ist mit den Schränken da. Das ist hier. Wenn wir tauschen, komm, gehen wir hier hin. Da war eine Wand hin. Jetzt kommt ja der Teil, weswegen du eigentlich hier bist, ne? Du warst ja nicht hier, um den Rücken zu ruinieren, sondern zum Einrichten. Zum Einrichten, ja. Also ich bin beim Thomas durch die Boxen gekrochen und hab hier ganz bewusst nach langen, etwas dickeren, roten Moorwurzeln geguckt, dass wir die schön einarbeiten können. Hab aber auch so ein paar feinere Sachen mit, weil du sagtest ja, ich soll ein paar Reste holen oder sowas? Ja, so für Details, ja. Genau, dass man hinter so Feinheiten noch mit einarbeiten kann. Jetzt haben wir halt hier nur... Das ist jetzt von der Menge so ausgelegt, dass wir nicht unbedingt alles verballern müssen. Aber können. Wenn es der Sache dient, dann... Bei denen ist halt immer das Problem, dass du diese gerade Abschnittkante hast und die entweder aus dem Wasser rausgucken müssen oder man einen Brenner nimmt und die halt... Abmacht. Abfackelt, dass die halt... Okay. Einen Brenner habe ich jetzt nicht dabei tatsächlich, aber... Also wir könnten es theoretisch so bauen, dass wir... So und dann nach hinten... Von den Seiten kommen? Ja, so. Dass wir vielleicht gucken, dass wir vielleicht sogar hier mit an die Wasseroberfläche kommen. Weißt du, dass man die so macht, ja, quasi? Ja, ein bisschen angeschrägter. Mhm, so. Den eher weiter nach vorne, weil der ziemlich groß ist. Dann geht man nach hinten mit ein bisschen... ...bisschen feineren. Mhm. Geht's mit dem Rücken? Ja, ja, das geht. Also, das wäre... Ja doch, das würde, glaube ich, ganz gut aussehen. Also, ich hatte gerade so vom Raum irgendwie das Gefühl, dass es auch so weglaufen könnte. Nach da rüber. Wir müssen da mal ein paar reinhalten, glaube ich, ne? Ja. Ja, man kann es jetzt so bauen, dass es halt v-förmig ist, dann hast du optisch eine Tiefmückung, wenn du hier sitzt, hast aber halt an der Seite... Hast du natürlich hier was an der Scheibe, ne? Genau. Ja, und das ist dann hier so ansteigend? Also, ich finde schon, dass wir hier einen Streifensäul auf jeden Fall auf dem Boden haben sollten, weil du sitzt halt schon oft, denke ich, da auch und guckst dann irgendwie aufs Becken, ne? Also, hier so hochbauen oder so fände ich jetzt in dem Fall nicht so cool. Da hinten fände ich es gar nicht so schlimm, weil da... Also, so ein Teil zumindest, ne? Nach vorne dann auch nicht mehr. Du kommst ja auch von hier in den Raum rein, das erste Wasser ist... Ja, genau, du guckst halt hier so... Das ist schon eine Sichtseite, ne? Jetzt die Frage, vielleicht können wir die wirklich so auf Steine hochsetzen, ne? Dass die gerade so oben rauskommen. Mhm. Dass wir den Blickwinkel vielleicht so eher so von hier aus richten. Ja, klar, also du musst natürlich auch vom Sofa schön gucken können. Also, ich sitze oft im Sessel an und gucke. Gut, dann machen wir es so in die Richtung. So ein bisschen machen. Das wäre so... Dann brauchen wir die größeren, brauchen wir eher weiter hier vorne. Genau, und die kleineren lassen wir auslaufen. So, und du machst das dann im Prinzip auch so, du würdest jetzt irgendwie Steine hier auch hinpacken, ne? Und die dann einfach mit dem Sekundenkleber verkleben. Ja, genau. Ich würde sagen, wir kippen erstmal den Säul rein. Ja. Dann haben wir ein bisschen Stabilität da unten. Kann man besser... Würdest du hinten irgendwie ein Lavagranulat drunter setzen, oder? Ja, hinten. Und dann halt, dass wir ein bisschen Anstieg haben. Ein bisschen Anstieg haben, ne? Also, wir schütten erstmal hinten ein bisschen Volcano Mineral rein. Aber nur auf die linke Seite. Bis zur Mitte ungefähr. Genau, bis zur Mitte, weil wir jetzt so, ja, von links nach rechts so ein bisschen rüber gehen, ne? Das auslaufen lassen hier. Wir haben gerade mal geklärt, wo sitzt hier Christian meistens, oder generell, man kommt rein, ne? Guckt direkt hier ins Becken. Dann können wir hier die Seite nicht so zubauen. Dann machen wir es lieber so, dass wir hier, wo die Schränke sind, das Ganze so ein bisschen voluminöser machen. Und dann hier in den Auslauf. Genau. Dann haben wir hier Wald und da Freifläche. Genau. So, tun wir es jetzt. Wald und Wiese. Wird es zu sagen, brauchen wir noch einen zweiten, oder kommst du damit klar, Christian? Ja, wir machen noch einen zweiten rein, ne? Das Schöne ist, ich habe heute vor, echt nochmal was zu lernen hier vom Sascha. Ich gucke mir das erstmal ganz genau an. Ich hoffe, dass ich dann auch ein paar Sachen übernehmen kann. Man will ja doch auch besser werden, irgendwie, ne? Und du auch das denn? Guck dir das ganz genau an. Haben wir das goldene Kehrblech dann, oder? Nein, aber. So. Also einen Sandflattner habe ich nicht, den wirst du bei mir vergebens suchen. Warte, nee, dann hole ich jetzt mal meinen Weg für so ein Auto. Brauchst du einen Sandflattner? Nee, aber ich habe was Besseres. Ja, dann hol deinen, brauche ich nochmal deinen Weg. Oh, guck mal hier. Nee, guck mal, das ist gut. Das kriege ich mit der Hand, nein, das ist ganz gut. Warte, warte, warte. Passt schon, kriege ich von Hand hin. Einen Pinsel hat er. Noch so ein paar Sachen. Wolltest du einen operieren hier gleich, oder? Ja, dich. Soll ich dir die Bandscheibe rausnehmen? Ja. Sieht aus wie so ein OP-Besteck aus. Ist es auch. Okay, sehr gut. Pinseln. Ich bin da ein bisschen grobmotorisch veranlagd, was sowas angeht. Ja, so passt das ja schon mal. Genau, jetzt können wir mal schon mal einen Hölzgen reinstellen, ne? Ja, oder wir machen erst noch Stoll rein. Ja, willst du erst fallen? Ja, dann hält es ein bisschen besser da vorne. Wenn man so rauszieht, dann, na gut, ist auch egal. Ja, kommt ja eh nur eine Schicht dann drüber, oder? Ja. Komm, du nimmst dir die an. Du kannst die einfach entleeren, so wie du es gemeint hast. Du brauchst. Messer? Schmeißt du die auf? Ich hatte es gerade noch. Wahrscheinlich steckt es mir irgendwo im Bein, oder was? Im Rücken, da habe ich es hingeworfen, guck mal. Das ist ein rostiges Messer. Was benutzt du für einen Zoll normalerweise? Entweder ADA oder auch Tropical, also das ist eigentlich egal. Passt. Aber ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen, ne? Ja. Wie viele haben wir denn jetzt? Drei, ne? Kommt es nicht dran? Doch. Doch, doch. Geht, ne? Ich fand das recht beeindruckend bei dir, da bei Instagram. Du hast ja wirklich schon viele, viele Becken gemacht, ne? Ja, aus letzter Zeit zwar nicht mehr so viele, aber damals. Ich wollte gerade sagen, also früher viel, ne? Ja. Ganz gut gesehen, na ja. Auch richtig interessante Sachen. Und ich habe ja auf der Messe in Holland, hat es ja auch was gemacht, ne? Ja, genau, beim Lifescape-Wettbewerb. Fand ich sehr cool. Ich glaube, du hattest auch was mit so einer Bauschaum gemacht, ne? Ja, ja. Alles schön ausgespritzt, ausgefüllt. War so ein E-Merser-Teil, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Mit beleuchteter Rückwand, die ich dann eingezogen bekommen habe, weil es nicht regelkonform war. Oh. Der Plan ist ja jetzt, dass wir so waldmäßig was machen erstmal. Mhm. Ich stelle jetzt erstmal nur die Hölzer rein, dass wir ungefähr eine Richtlinie haben. Mhm. Und die würdest du hinterher dann einfach mit Steinen irgendwie verkleben noch, dass sie dann nicht auftreiben, ne? Soll ich dir dann zum Abstützen mal ein paar Steine holen, oder was? Hm, ja. Ist natürlich blöd, wenn die Steine selber dann auch wegschwimmen, ne? Soll ich schon mal vorwässern. Leg den einfach mal kurz so oder so vor. Da so, ne? Ja. Der sieht so ein bisschen verloren aus, da vorne. Was ist das mit dem hier? Ist ja nicht ganz so verloren. Guckst du dann auch so, dass die ersten so von der Biegung ein bisschen gleich sind? Dass es so ungefähr in die selbe Richtung geht, ja. Den müssen wir dann noch ein bisschen drehen später. Ja. Erstmal grobe Richtung. Natürlich super für Skalare auch, ne? Können die schön dazwischen stellen. Die haben da schön ihre Äste, wo sie sich dann hinstellen können. Ihre Streifen ausleben. Habe keinen davor. Guckst du nachdenklich? Ganz, ganz fasziniert. Der ist zu kröber. Ne, den lass mal raus. Soll ich den Krumm biegen? Mach mal. Minimal. Ganz, ganz wenig nur. Aber was du fast immer hast, ist, dass da so ein Schleim sich bildet. Also du hast ja die Napsschnecken und die Amanus. Meistens kriegst du dann, wenn du das einbaust und sagst das nicht, kriegst du erstmal einen Anruf. Irgendwie mein Holz ist gebildet. Das ist so. Hatte ich also nicht den Schleim, der jetzt im Becken war. Ja. Und da, keine Ahnung, bis der unterging, vier, fünf, sechs Wochen. Ja. Auf diese Weise haut da. Ja, genau. Stein. Ja, so ein Schleim. Ich glaube, das treibt auch gar nicht so doll auf, ne? Ne. Verhältnis. Wobei, bei der Größe. Also festgeben müssen wir es auf jeden Fall. Ist jetzt natürlich noch nicht final, aber. Mhm. Was wir hier so waldmäßig haben. Das ist schon ganz cool, ne? Dann läuft das hier vorne noch ein bisschen aus. Dann machen wir hier noch ein paar Steine hin. Ein paar Ausläufe, die da runter gehen. Ja. Drücken wir den einen aber auch noch da hinten rein. Dann wird es noch da. Kuck ran. So. Dann. Ja. Das ist wie ein Teil. Ja. Von dem anderen. Was haben wir denn hier noch? Diese kleinen. Hilfe. Ist das zerstört? Ich habe es zerstört. Natürlich. Wenn ich eins fange. Die sind eigentlich ganz geil. Dann guck mal. Dann könnte man theoretisch dann hier so bauen, dass es aussieht als. Wie so ein Stumpf, ne? Ja, genau. Das ist halt. Den habe ich gekühlt hier. Macht nichts. Also das liegt jetzt erstmal nur provisorisch drin. Den kann man dann auch noch nehmen. Das ist so ein bisschen ausläufermäßig. Ich würde sagen, so in der Richtung kann man es schon machen. Das zeigt alles so ein bisschen noch da. Das gefällt mir. Den müssen wir ein bisschen höher setzen hier, weil, oder? Ja, doch. Der setzt sonst. Das heißt aber auch nochmal oben ablegen gleich, ne? Hm? Oben ein Stückchen. Ach nee, den hinten. So ein bisschen höher. Den machen wir einfach ein bisschen schräger. Okay. Den will ich, dass der aus dem Wasser, in der Wasserkante oben ist. Mhm. Hast du Watte dabei, oder? Äh, ja. Ansonsten mit dürttelten Papier. Pads habe ich. Hast du dünnflüssig oder dickflüssig Kleber dabei? Beides. Beides. Wow. Ich habe sogar Kleberlöser dabei. Echt? Ja. Gibt es das? Ja. Ah. Sollen wir uns das ins Auto legen, Dustin? Ich bin ernst. Zwei. Jucke. Du brauchst Handschuhe? Ne, dann klebe ich komplett im Escape drinne. Drückst du das mit den Fingern einmal an, oder was? Ja. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ich hau das Zeug einfach drauf. Soll ich ein bisschen mitstopfen, schon mal Verbindungen schaffen, oder so? Ja. Ich kann es nur anbieten. Also hier sind wir jetzt... Ja, dürfte passen, ne? Da bist du noch unter Wasser. Ja, aber ist noch akzeptabel, ne? Ich finde das okay. Ja. Auf jeden Fall. Der ist eh so ein bisschen abgerissen hier, abgebrochen. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Soll ich dir da so Kügelchen draus machen vorher? Ja. Ein bisschen vorbereiten. Tante Größe. Ah, du machst das Soil drauf? Ja. Dann hast du gleich die Klebestell ein bisschen kaschiert. Sieht man wunderschön die chemische Reaktion, die da abläuft. Ich werde jetzt diese Wurzel verunstalten. Dann machen wir den auch noch weg hier. Dann tun wir den auch noch weg hier. So, die erste Bepflanzung ist auch schon am Start. Wie hat das denn? Wie hat das denn? Boah, ist das gefährlich. Wenn das die Jungs von der Berufsgenossenschaft sehen. Ja, jetzt muss er aber, ne? Boah, ist das hart. Ich merke das. Ja, gleich ist hier oben nichts mehr dran, weil ich alles abgebrochen habe. Kann man sich denn so doof anstellen? Das kannst du auch nicht festhalten. Jetzt, komm. Aha. Ja, den können wir eigentlich dran lassen, ne? Einen kann man auch dran lassen. So, Sascha sagt, wir können diese Hölzer dann einfach wieder ankleben, damit das wieder so aussieht, als wäre das so, wie es ist. War das zu verstehen? Ne, ne? Das ist halt immer so, wie es ist. Am Ende ist es meistens wie das. Da hast du recht. Mein lieber Scholli. Die Hälfte. Hälfte? Ja. Ich glaube, da hätte ich schon die zweite auf. Guck mal. Lieber, die Klebepreise gehen in die Höhle. Ist so. Zeit fürs Klima, so viel geklebt wird. Die brauchen ja auch ordentlich, ne? Die können jetzt ja nicht mit so einer halben Kanne da ankommen. Ja, die sollten es echt mal mit Watte probieren. Ja. So. War gerade so eine Überlegung, ob man den hier oben drauf pflanzt. Hier habe ich auch schon ein bisschen... Helio Schaust. Was hat Busila, ne? Und jetzt hattest du ja gesagt, man könnte eventuell die dann hier wieder so ansetzen. Ja. Und da so einen leichten Wurzelcharakter. Genau. Vielleicht finden wir da auch noch ein paar Dinger, die nicht ganz gerade sind, sondern dass die noch ein bisschen... Ja, das ist normal. Aber guck mal hier, das könnte man hier schön, ne? Ja. Machst du sowas dann eher mit dem dickflüssigen auch, dass du dann direkt dazwischen gehst? Oder sitzt du immer? Ich darf nicht hinsehen. Das klebt mich da bitte nicht fest. Das Hauptgestaltungs-Element quasi. Ja, dann könnte ich ja eigentlich hier mit Zeul schon mal füllen, ne? Ja. Das ist der letzte Beutel. Äh, ne. Weiß ich nicht. Haben wir noch einen? Ja, haben wir noch einen Beutel, oder was? Mindestens noch sechs Stück. Also so voll wollte ich es dann doch haben. Hälfte nicht. Ne, wir müssten eigentlich... Haben wir noch irgendwo einen gehabt, oder? Ne, das ist gut. Wir brauchen auch nicht unbedingt, aber es ging einfach darum, ob noch was da ist. Das ist anscheinend so eine Phobie beim Sascha. Kommt gerade so raus. Eine Soll-Phobie? Ja, es gibt ja so eine Phobie auch, dass Leute Angst davor haben, dass kein Bier mehr im Haus sein könnte. Ich kenn es. Die kennst du? Okay. Und genauso gibt es anscheinend bei Acroscapern die Phobie, dass kein Soll mehr im Haus ist. Möchtest du das noch ankleben hier? Guck mal, ob wir das noch unterkriegen. Sind wir eigentlich fast fertig. Du, wir, wer auch immer. Irgendeiner von uns. Fix und fertig, ja. Fix und fertig. Rücken tut weh, Augen brennen, Finger zusammengeklebt. Genau. Solange es nicht andersrum ist, dass die Augen so geklebt sind. Ja, das ist übel, ne? Jetzt hoffen wir natürlich nur, dass die Steine dann auch die doch etwas voluminöseren Äste auch unten halten. Ach doch, das hält also. Das geht, ne? Wir haben hier doch stark. Das merkst du schon, wenn du dran wackelst. Ja, du hast die auch untereinander verklebt. Ja, die Steine miteinander verbunden, die Wurzeln auch miteinander verbunden. Also alles, alles kreuz und quer geklebt. Sehr gut. Gute englische Rasen hier. Vielleicht soll ich auch mal was dazu sagen, wie Jonas gerade auch schon gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du es auf Kamera haben. Ist eigentlich egal, wie du die Eleocharis einpflanzt. Die kannst du auch so einpflanzen, die wächst trotzdem. Ne? Dauert halt ein bisschen länger, ne? Was dich schon interessieren würde, das ist ja auch eine Grasart. Ob es da wirklich auch so wie so Grassamen gibt, wie dieses Chinasamen, aber wirklich Eleocharis. Das wäre doch mal eine geile Sache, oder? Ja, die Frage ist, wo wächst das eigentlich? Ist das so sumpfig eher oder was? Wahrscheinlich. Ja, und dann hast du wahrscheinlich auch welche Blütenstelle, die rauskommen, ne? Eigentlich schon. Muss ja, ne? Hast du es schon mal so sumpfig irgendwo gepflamst? So halb? Äh, Vapikuse halt, ja. Weil da ist nichts irgendwie geblüht oder so. Nichts geblüht? Vielleicht ist das auch weggezüchtet, ne? Weiß ich ja nicht. Ist das jetzt passiert? Hat es sich festgeklebt oder was? Ich bleib hier. Oder du fährst dann mit der Leiter am Fuß nach Hause. Oder so. Ist auch nicht so schlimm. Flex mal die Stufe da raus. Ja. Und dann läuft das wieder. So, du pflanzst hier fleißig erstmal Bodendecker. In Reihe und Glied. Ja, sieht so aus. Schön. Ich hab jetzt den Filter fast komplett installiert. Steht hier jetzt voll im Weg, gell? Ne, ne, alles gut. Alles gut. Sofra hat einen CO2-Reaktor. Hast du ihn irgendwo gesehen? Müssen wir erst mal zerschneiden. Einfach rupfen. Zerreiß die einfach. Schneidest du das nur? Zerreiß das einfach immer alles. Und zerreißen wir es. Trau dich. Reiß. Das geht in meine Prinzipien. Ist das so? Pflanzen wollen gerissen werden. Man muss Pflanzen schon auch ein bisschen schlecht behandeln, damit die richtig gut wachsen. Echt? Ist so so? Ist so, ja. Also ich rede eigentlich immer mit denen abends so drei Stunden. Ehrlich? Ja, dass die gut wachsen. Das darfst du gar nicht machen. Nicht? Ne. Deswegen wird das bei mir nicht was. Okay. Das darfst du schon ein bisschen grob auch drangehen immer. Bist du so einer, der mit Pflanzen spricht, ja? Ja, klar. Also mindestens drei Stunden am Tag. Hallo. Ich bringe dir noch das Singen bei und dass die ihren Namen tanzen können. Wo? Dazwischen, wo noch frei ist. Verfolgst du keinen Plan hier gerade? Nö, weil das sieht besser aus, wenn das so ein bisschen planlos ist. Ja. Sonst sieht das aus wie so ein Zen-Garten, weißt du? Mhm. Finde ich nicht mehr so schön. Fand ich damals war cool. Wenn das alles so in Reihe und Glied ist, was denn eigentlich deine Lieblingsstanz? Ich werde das auch immer gefragt. Ich weiß darauf nie eine richtige Antwort. Also ich finde die ist schon ziemlich cool hier, die Form ist. Die gefällt mir ja richtig gut, weil die sehr vielseitig ist. Die kannst du eigentlich überall hinpacken. Die kriegst ja sogar, wenn du richtig Licht drauf gibst, als Bodendecker hin. Dass die nur so kriecht. Finde ich schon cool. Ich finde Pinachty Fida ganz geil. Pinachty Fida ist auch cool. Vor allem E-Mers. Alles. Ja. So ein bisschen Erektus habe ich hier. Guck mal, ich da. Ja. Oder hast du jetzt gerade hier den Lossos-Stigma hingesetzt? Mach ihn wieder raus. Sabotier dich hier so ein bisschen. Ja, mach nur. Ich merke mir das. Ja, oder hier vor. Hier. Können wir ja auch schön, ne? Ja, so ein bisschen vielleicht. Aber hier hinten an die Rückwand. Focosthema und Erektus stinkt immer so. Finster. Ja, finde ich. Da ist noch die grüne Rotala irgendwo unten drunter. Das ist noch hier, was ist der Temiantus, ne? Ja. Ah, hier. Die würde ich einfach mal noch dazwischen stecken irgendwo. Asmr-Bepflanzt. Das Rascheln des Säuls. Das Schlimmste Content auf YouTube finde ich. Das ist so, wenn, keine Ahnung, was ist so, wenn einer atmet oder so, ne? Ja, da gibt's doch sogar diverse weibliche Content Creator, die dann irgendwie so'n Plast, ne, so'n Gummiohr haben und dann dran rumlutschen oder sowas, ne? Ja, ja, ganz komisch. Ja. Ganz, ganz komisch. Sollen wir mal Wasser draufgeben? Normalerweise wäre das bei dir ja schon halb voll, das Ding. Das Ding wäre schon voll, Hämmer. Ja, da reicht's mal. Ja, sicher. Heißt das also, ich subjektiere deine Arbeit, oder was? Weil wir jetzt noch kein Wasser drin haben? Nö, nö. Aber du lässt es jetzt nicht einfach so rein, du musst was drunter, oder? Ne, wir machen da jetzt was drunter. Aber ich glaube, der Dustin hat schon die ganzen Zolltüten entzockt, ne? Ne, ich hab die weggeschmissen. Du hast die weggeschmissen. Vielleicht haben wir auch noch irgendwas anderes hier. Ja, ich hab die weggeschmissen, kommt. Kommt aber, genau. Ja, noch ein bisschen. Ja, das mal so. Ich will anfangen, bevor wir alles wegspülen. Wir sind durch, Sascha. Ja. Hast du gut gemacht. Danke. Gefällt mir sehr. Konnte ich ein bisschen was wieder über Gestaltung auch lernen. Ja, ich gucke ja immer, dass ich mir dann Leute suche, die mir was zeigen und meine Arbeit erledigen. Ganz nebenbei. Und sich den Rücken kaputt machen. Genau. Ganz nebenbei. Vielen Dank. Hat richtig gut geklappt. Kunden sind zufrieden, so sagen sie auf jeden Fall. Sie können auch nichts anderes sagen, was sollen sie jetzt auch sagen, ne? Ich bin auch zufrieden. Also, es ist echt schön. Ja, jetzt muss es wachsen, ne? Ja. Dauert ein bisschen. Aber ich denke mal, so in vier Wochen sieht die Kiste schon ganz anders aus, oder? Gänke ich auch, ja. Willst du was zur Bepflanzung mal sagen, was du so da gemacht hast, oder soll ich? Ja, können wir jetzt zusammen machen. Du hast ja auch mit bepflanzt. Ich hab auch ein bisschen. Ja, selbstverständlich. Also wir haben hier vorne, in dem Bereich und hier in dem vorderen Bereich, Eliocharis, Bodendecker. Das wird hier alles schön zu wachsen. Ein Rasen sozusagen. Ein Rasen, genau. Ein englischer Rasen. Dann haben wir hier so einen kleinen Weg gelassen, auf Kundenwunsch. Und ja, hier hinten ein grober Mix von Stängelpflanzen und ja, Migrantenum ist es glaube ich, ne? Ja, genau. Ein bisschen Lotus ist noch mit drin, so für den Kontrast. Der Waldboden quasi. Ja, das Ganze soll eigentlich so rüber kommen, dass hier hinten mehr oder weniger ein bisschen dichterer Wald ist und nach vorne Freifläche. Weil es soll in Skalare rein und die haben hier hinten dann schön unterstellen Möglichkeiten und hier vorne eine bisschen Freifläche. Genau. Also wir haben ja hier die Rotkopfsalmer drin, die dann auch wieder einziehen werden. Ein paar Panzerwelsen für den Boden. Die haben natürlich auch hier so ihre Ecken, wo sie ein bisschen rumwühlen können. Ganz im Gegensatz zu dem, was manche sagen, dass die aufs Zoll nicht funktionieren, habe ich echt ganz andere Erfahrungen gemacht. Also auch mit Fortpflanzung und allem ist eigentlich überhaupt kein Problem, auch wenn es Zoll im Becken ist. Können die ja schön drin wühlen und auch ihr Futter finden. Dann werden wir mal schauen, was hier sonst noch so an Fischen reinkommt. Es besteht auf jeden Fall die Option, dass du wahrscheinlich nochmal hier hinfährst und dann für mich auch nochmal ein Video machst, also dass du vielleicht das Projekt irgendwie ein bisschen weiter begleitest. Ja. Werden wir dann sehen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ganz happy. Technik ist installiert, läuft soweit alles. Licht müsste auch noch ein bisschen mehr drauf. Hier sind so zwei LED-Leisten drauf. Ich denke, das ist ein bisschen wenig. Gerade für die Bodendecker kann es wahrscheinlich eng werden. muss man mal schauen, ob man das noch eingestellt kriegt oder ob tatsächlich was dazu noch muss oder vielleicht komplett getauscht wird. Ja, nochmal so 25% mehr Licht wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich glaube auch. Es sieht ein wenig duster aus da drin. Ein bisschen mehr Sonne wird nicht schaden. Sonst haben wir was? Ja. Haben wir eigentlich alles. Ja, schönes Becken. Ja. Und Update gibt es, wie gesagt, dann dernächst irgendwann mal bei mir, wenn die Fische reinkommen. Beziehungsweise wenn mal wieder Pflegebedarf ist. Gut. Dann würde ich sagen, reicht auch für heute, oder? Ja. Rücken kaputt. Rücken kaputt. Wochenende. Genau. Video schneiden. Alles klar. Ist zum Glück im Sitzen, ne? Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.